Hey Kids! Nach der großen Erfolgssimulation Sims Große Koalition 1.0 kommt jetzt Sims Große Koalition 2.0! Regier Deutschland! Genauso wie die richtige Große Koalition! Klingt vielleicht schwierig und verantwortungsvoll, aber keine Angst! Du musst wirklich nichts machen! Schließlich bist du die Große Koalition! Mit all den großen Problemen, die ihr schon aus dem ersten Teil kennt! Nur jetzt noch größer! Gesundheitsreform! Atomausstieg! Mindestlohn! Und wie in den letzten zwei Jahren heißt die Lösung... Erstmal Kaffee trinken gehen für die nächsten zwei Jahre! Die wirklich wichtigen Entscheidungen werden dann auf den Fluren des Kanzleramts getroffen! Mit oder ohne Milch, oder? Oder es werden ganz neue, unkonventionelle Wege für Deutschland beschritten! Mit Zucker, aber ohne Milch, Franz! Und wenn dir das alles zu anstrengend wird, dann hol dir deinen Kanzlerbonus! Einfach die stressige Innenpolitik hinter sich lassen und viele tolle Länder angucken! Und das Beste ist, mit Rumreisen kannst du auch noch Wahlen gewinnen! In Deutschland! In Deutschland! Nicht vergessen, bald im Handel, Kanzler Games 2009! Gelingt es dir, Codeback über die 5%-Hürde zu bringen?